Hey Leute, was geht? Willkommen zurück und wir starten die Rookie Trophy. Jawoll, schauen was da auf uns zukommt. Ich habe keine Ahnung. Ja, mal schauen. Es sind drei Runden. Es sind ziemlich viele Sterne, die man gewinnen kann. Wir werden uns natürlich alle holen. Eieiei, sieht das geil aus. Eieiei, sieht das geil aus, Leute. Das macht gleich wieder Bock. Meine Frise ist das geil. Wir reißen ja natürlich alle Inkant. Dann hier auch schön die Kurve genommen. So, Außenkant. Gar kein Ding für uns. Jawoll. So, läuft auf jeden Fall bei uns. Okay. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich hoffe, das ist. Wir sind natürlich zuvor, dass du darfst bei uns. Wir nehmen natürlich immer mehr Abstand zu den anderen. So, letzte Runde. Jetzt. Ah ne, das war es schon. Okay. Cool. Ja. Ja, wir sind natürlich erst. Was haben wir alles freigeschaltet? So, die zwei haben wir freigeschaltet. Ach so. Es sind drei Rennen wahrscheinlich. Jawohl. Ne, vier sogar. Ach du Scheiße. Da muss ich jetzt aber stressen. Die Strecke bockt natürlich auch richtig, Leute. Hier auch wieder zwei Runden. Dann wird es wahrscheinlich die letzte sein. Beziehungsweise das letzte Rennen. Weil es stand ja irgendwie zwei von drei. Mal schauen. Ich bin jetzt, ich weiß, ich war im vorderen Video und in diesem Video nicht so regelmäßig, aber das hat damit zu tun, dass ich mich jetzt hier einfach konzentrieren will. Mal schauen. Jawohl. Genau das will ich. Und zwar erster werden. So läuft das bei uns. Genau. Abgehoben. Komm schon. Den reißen wir. Jawohl. Noch eine Runde. Komm, 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 komm. reconstructiv-Rennleiter werden.- Ich weiß, das war mies aber es muss einfach lang sein, Leute. Weil die Bastenbremse sind noch eh wieder ab. Oh, da hinten knallt's auch richtig. Leute, ich will keinen Stress. Fahr mir ja nicht in die Seite rein. so jetzt nehmen wir den noch außenkant und danach ab ins ziel nein 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 das glaube ich jetzt nicht ja wohl leute ist meiner 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 ihr wollt natürlich auch erster das wird langsam schon so ein bisschen langweilig wenn ich immer erster werde aber ja wir werden natürlich ist noch das weitere machen das dritte zu zum schluss wenn das alles in einen part pass uns werde ich natürlich die aufnahme fortsetzen okay mit turbo am start hört er richtig läuft es bei uns hier aber wieder drei runden also steht auf jeden fall oben ich weiß nicht ob das wieder wie bei der bei dem ersten rennen auch nur zwei runden sind kann schon sein ich habe keine ahnung wir werden auf jeden fall diese runden jetzt durchziehen war richtig strange in kann vorbei oh leute das habe ich nicht verdient so jetzt ziehen wir die beiden auch noch wieder mal in dieser perspektive fahren weil es sieht auch noch ziemlich geil aus also wie gesagt leute dass dieses spiel ist einfach allgemein hammer geil da kann man nichts sagen ich liebte spiel und ich bin gerade wirklich schon spoilern also aber ich muss halt einfach weil das so geil ich kann nicht tun ich kann nicht ohne das spiel ein können beziehungsweise ich muss es einfach so gut ist nein du kommst mir nicht nach vorne ok tatsächlich das sind wirklich drei runden dann werden wir das durchziehen so die spassen bleiben erst mal hinten ja das habe ich jetzt verkackt das ist das video aufholen du kleiner 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 spasti ja nein leute ich war sage gerade richtig das darf mir nicht noch mal passieren ich muss erster werden verdammte scheiße ja wohl so lässt sich das gefallen jawolle wie der erste und ich glaube der part ist jetzt dann gleich vorbei wir stressen uns natürlich ach so nein das war das letzte rennen anscheinend oh wir haben auch die r8 gekriegt im nächsten part werden wir denn und now die tt wir werden diesen wagen hier im nächsten part probefahren ich würde sagen das war es von mir haut rein ciao